Drei, zwei, eins, Schuss! Ha! Hengi hat wieder gewonnen! Aber wäre das Spiel nicht viel lustiger, wenn ich auch eine Wasserpistole hätte? Mach dir nicht ins Hemd, Peter! Bis man immer so viel schleppen muss. Ah, danke, Henry! Peter, los, trockne dich ab und leg dieses alberne Spielzeug weg. Mama hat mir eine Wasserkanone 3000 gekauft! Und ich hab nicht mal Geburtstag! Das ist echt Oberspitze! Denn jetzt ist keiner mehr vor mir sicher! Albert surft im Internet und wird dabei faul und fett! Faul und fend! Internet! Ja, Wasserkanone! Lass los, Henry! Die ist nicht für dich! Nicht für mich? Nein, das ist ein Gewinn fürs Schulfest! Nein! Du darfst meine Wasserkanone nicht als Gewinn hergeben! Vielleicht hast du ja Glück und gewinnst sie. Du hast die gleichen Chancen wie alle anderen. Die gleichen Chancen? Aber das ist gemein! Hast du gehört? Das ist gemein! Henry, gib mir jetzt die Sachen, die du fürs Schulfest spendest. Ich geb aber meine Spielsachen nicht her! Ach, jetzt sei nicht so, Henry! Nein, nicht mein Flecki! Nein! Hier sind meine Spielsachen, Mama! Die möchte ich gerne anderen Kindern schenken, die nicht so viel Glück haben. Oh, das ist wirklich lieb von dir, Peter! Und was ist mit dir, Henry? Na gut, dann suche ich eben was aus, um das mal klarzustellen. Was kriegen, finde ich gut. Was geben, finde ich blöd. Doch bei manchen Sachen bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du gibst doch nicht die Pupsi, Stupsi, Trinky, Winky, Krabbel, Brabbelpuppe her, die dir Tante Grete zu Weihnachten geschenkt hat. Mama! Tante Grete denkt, ich sei ein Mädchen! Und das hier ist für meine allerliebste Nichte, Henriette! Ich heiße Henry, Tante Grete, und ich bin ein Junge! Zunge? Nein, das ist nichts zu essen, Henriette! Eine Puppe! Was soll ich denn mit einer Puppe anfangen? Die oder gar nichts! Vielen Dank, Henry! Also, keiner von euch darf in nächster Zeit ins Wohnzimmer kommen. Ich muss die Schatzkarte für das Piratengewinnspiel malen. Du malst die Schatzkarte? Hier? Ja? Tja, irgendjemand muss das ja machen. Sie malt die Schatzkarte hier! Bei uns zu Hause! Das ist es! Genau! Die Wasserkanone gehört schon mir! Hahaha! Siehst du, meiner ist jetzt schon größer als deiner. So, du willst also Spielchen spielen. Fertig! Das ist doch kein Schneemann! Ja, Schneemänner haben keine Flügel. So, jetzt sieht es schon mehr wie ein Schneemann aus. Hey! Das ist mein Bruder! Oh, äh, danke, Henry! Also darf ich ihn kaputt machen! Meiner ist der Größte! Meiner ist der Größte! Meiner ist der Größte! Meiner ist der Größte! Ja! Ah! Ja! Ich stecke fest! Ich stecke noch viel fester als du! Nein! Ich stecke fester! Mama! So! Ach, Peter, der ist ja sehr schön. Den hab ich ganz allein gestrickt. Den hab ich extra für mich angefertigt. Mama, wir müssen dem Weihnachtsmann noch Plätzchen und Milch hinstellen. Äh, das machen wir gleich. Ich wünschte, es wäre schon morgen. Warum? Damit du zusehen kannst, wie ich all die Geschenke auspacke, die du gerne hättest? An Weihnachten geht es ums Geben, nicht ums Bekommen. Knappel, du Zwerg! Wenn du nett bist, lass ich dich vielleicht auch mal mit meiner galaktischen Schleimpistole schießen. Nein, danke. Ich krieg meine eigene. Nun, das wollen wir doch erst mal abwarten. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Das ist sicher die galaktische Schleimpistole. Frohe Weihnachten. Achim? Mist. Für Achim, für Achim, für Achim, für Achim, für Achim, für Achim, für mich? Socken? Das ist gemein. Hoppla. Ja, ich tue Achim nur einen Gefallen. Er braucht Socken viel, viel dringender als ich. Hier, bitteschön, Laura. Rosenkohl mag ich nicht und Mais mag ich nur, wenn er nicht mehr am Kolben ist. Schön, dann reich ihm mal rüber. Und den Mais auf einen Extra-Teller. Ich mag's nicht, wenn das Gemüse mit dem Fleisch in Berührung kommt. Ja, und steckt Laura in ein Extra-Zimmer. Ich mag's nicht, wenn ich sie ansehen muss. Autsch! Henry hat mich getreten! Nein, das war ich nicht. Das ist ja so peinlich für uns. Sei nicht so gemein, Henry. Wenn ich König bin, dann zeige ich der launischen Laura, wer, wer der König ist. Henry, hör auf, mit dem Essen zu spielen. Hilf! Henry? Für einen Monat ist dein Taschengeld gestrichen, Henry. Wir können auch zwei daraus machen, wenn du dich jetzt nicht benimmst. Gute Nacht, Häschen. Gute Nacht, Häschen. Igitt! Laura! Ah, tut die weg! Laura war das, Peter. Warum sagst du's nicht Mama? Dann kriegt sie mal zur Abwechslung Ärger. Einen Gast verpetzen? Das könnte ich nie. Das ist ganz unhöflich. Unhöflich? Du bist nur zu feige, du Zwerg. Sie schnüffelt in meinem Zimmer, in all meinen Sachen rum. Das ist es! Genau! Ja! Laura ist unser Gast. Wenn sie rumschnüffeln will, dann ist es meine Pflicht, es leichter für sie zu machen. Und morgen heißt es, Henry ist wieder da. Hahaha. Miau! Hä? Was? Hör auf! Hör sofort damit auf! Oh, um Himmels will Laura. Es ist erst sechs Uhr morgens. Ich stehe immer um 6 Uhr morgens auf und ich übe immer vor dem Frühstück. Na schön, dann gehen wir jetzt runter und machen dir auf der Stelle Frühstück. Alles klar, Operation Ciao Ciao Laura ist angelaufen. Boah, Mädchenzeug in meinem Zimmer. Hey, was machst du denn da? Gar nichts, ähm, gar nichts. Ich schreibe nur was in mein Tagebuch. Tagebuch? Oh, ich wusste gar nicht, dass du ein Tagebuch hast. Das ist geheim. Das sind meine geheimsten Gedanken. Jemand wie du darf das nicht lesen. Deshalb hebe ich es in dieser Kiste auf und sperr ab mit diesem Schlüssel. Und dort bleibt es auch. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss Zähne putzen. Ich bin erwachsener geworden. Ich verspreche, dass ich mich benehme. Nein, du gehst heute früh zu Bett, Henry. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Was gibt's denn heute Abend, Schatz? Lachs mit Limetten und Ingwersoße und als Nachspeise Mousse au Chocolat. Mama, schön, dass ich heute Abend die Stumms kennenlernen darf. Netter Versuch, Henry. Aber das ist echt gemein. Peter darf auch aufbleiben und ihr ist Mousse au Chocolat. Ich liebe Mousse au Chocolat. Der Stumm will Peter Cello spielen hören und dann muss er ebenfalls ins Bett. Ich geh heute gern mal früh ins Bett. Ich kann verstehen, dass Erwachsene auch mal unter sich sein wollen. Sei nicht so gemein, Henry. Hör auf damit. Geh in dein Zimmer. Ich geh nicht. Ich will aufbleiben. Ich will Mousse au Chocolat. Ich will... Und du kommst erst wieder runter, wenn ich's dir sage. Die Gäste sind da. Oh nein, die Mousse. Jetzt muss ich sie neu machen. Ah, guten Abend. Hallo. Freut mich, sie kennenzulernen, Herr und Frau Stumm. Ich bin Peter. War das eine Fahrt. Lass Herkules runter, Schatz. Schau mal, Mieze. Eine schöne, große, leckere Maus. Herkules! Hilfe! Oh, mein Auge. Oh, mein Auge. So müsste Peters Cello viel besser klingen. It's so easy being me. Come on, Henry. Na gut. Mal sehen, was ich machen kann. Oh, vielen Dank, Henry. Wo ist mein Getränk? Geh weg, du stehst mir in der Sonne. Meine Mutter sagt, ich muss Peter zurückkaufen. Tja, Pech gehabt. Ich hab viel Geld für ihn bezahlt. Kein Problem. Hier sind deine 1,50 Euro. Ha! Du verschwendest meine Zeit. Ich hab ihn ja angelernt. Er ist mindestens 10 Euro wert. 10 Euro? Ich bezahl doch keine 10... Hey! Und was ist, wenn ich für ihn einspringe? Du? Als Diener? Du wärst miserabel. Äh, ja, miserabel, Henry. Ich wäre hervorragend. Und du könntest mich rumkommandieren. Dich rumkommandieren? Hm, das wär's mir schon wert. Na gut. Aber ich will was für mein Geld haben. Gut, versprochen. Ich musste 10 Euro bezahlen. Oh, vielen Dank, Henry. Ich geb's dir wieder. Ich bin frei. Ich bin frei. Henry! Beeilung! Du gehörst jetzt mir. Ich komme. Ihre Erfrischungen, meine Damen. Zu spät. Ich muss jetzt gehen. Das hast du jetzt davon. Du musst lernen, dich halt ein bisschen mehr am Riemen zu reißen. Aber... Und unterbrich mich nicht. Ich begleite Susi jetzt zur Tür. Und dann will ich... Neue Nüsse, ein erfrischendes Getränk mit mehr Eis und schüttle meine Kissen auf. Kapiert? Kapiert. Okay. Operation Henrys Befreiung ist angelaufen. Dina, mir ist heiß. Fächle mir Luft zu. Wird gemacht, Laura. Fräulein Laura, bitteschön. Ah, schon besser. Wenn du fertig bist, kannst du noch alle meine Schuhe putzen. Ah! Ah! Huh? Oh? Was hast du mit der Liege gemacht? Oh, sie muss kaputt sein. Hm. Vorhin war sie völlig in Ordnung. Oh! Hilf mir raus! Hier drüben, Fräulein Laura. Henry, das warst du! Ich hasse dich! Ist doch nicht meine Schuld, wenn deine Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Verschwinde! Verschwinde einfach, Henry! Du bist schrecklich! Aber ich hab doch versprochen, dich zu bedienen. Hau endlich ab! Jetzt bin ich reich! Das ist eine Menge Geld, Henry. Ja, das hab ich verdient. Ich kauf mir ein neues Schloss und einen neuen Fußball und ein... Bist du sicher, du hast noch genug übrig? Hä? Was meinst du mit noch genug übrig? Und hier geht's doch gar nicht zum Spielzeugladen. Nein, wir fahren zum Sportgeschäft, wo es Tennisschläger zu kaufen gibt. Und dann fahren wir zur Parfümerie, wo es Parfüm zu kaufen gibt. Dein Geld dürfte dafür genau reichen. Nein! It's so easy being me. Come on, Henry! Henry! Aufstehen! Ihr schreibt heute ein Diktat. Hast du das schon vergessen? Henry, du schrecklicher Junge. Du hast kein bisschen geübt. Ich finde, heute ist ein guter Tag zum Kranksein. Henry? Bist du schon aufgestanden? Oh, ich fühl mich irgendwie krank, Mama. Für mich fühlst du dich ganz normal an. Zieh dich an und putz dir die Zähne. Er ist völlig egal, wenn ich die ganze Schule anstecke. Nein, ich glaube, er ist wirklich krank. Er ist ganz blass und heiß. Er kann heute einfach nicht in die Schule gehen. Haha! Es hat geklappt! Henry, warum bist du nicht angezogen? Du hast doch gesagt, ich bin zu krank und kann nicht in die Schule. Damit habe ich aber Peter gemeint. Peter? Krank? Nein! Das ist gemein! Peter, glaubst du immer und mir nicht? Red nicht so einen Quatsch, Henry. Übrigens, Babypuder und Wasser vermischen sich nicht. Ich will aber zu Hause bleiben. Es geht mir schon viel besser, Mama. Und ich möchte in die Schule. Heute haben wir doch Sachkunde. Henry, du bist nicht krank und du gehst in die Schule. Peter, du bist krank und du bleibst daheim. Warum sehen Sie nicht, dass ich von Bakterien befallen wurde? Ich gehst. Entweder das oder ein Diktat. Du meine Güte. Henry auch. Oh, dann geh ich schnell zur Arbeit, bevor ich mich auch noch anstecke. Macht's gut! Scheint, als würdest du auch daheim bleiben müssen, Henry. Ja! Geschafft! Na dann komm ab ins Bett, Henry. Wenn du krank bist, musst du dich hinlegen. Und das heißt, keine Computerspiele. Aber Mama! Mit Computerspielen geht's mir bestimmt besser. Wenn du Computerspiele spielen kannst, kannst du auch in die Schule gehen. Was ist der Witz am krank sein, wenn man nicht am Computer spielen darf? Mama, ich hab Hunger! Mama, ich hab Durst! Mama, mein Bett ist zu warm! Mama, mein Bett ist zu kalt! Mama! Oh, je! 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 Oh, je!